Hallo Karlsruhe, wir freuen uns sehr. Wir sind eine schwedische Optikerkette namens SmartEyes. Mein Name ist Joaquin Murillo Perez, ich bin der Countrymanager für Deutschland. Wir freuen uns sehr. Es ist unsere elfte Filial, die wir jetzt in Deutschland eröffnen. In Süddeutschland haben wir die sechste. Wir sind unter anderem in Offenburg und Freiburg. Wir sind tätig in Schweden, Dänemark und natürlich auch in Deutschland mit insgesamt 94 Filialen. Heute Karlsruhe, das ist das erste neue Konzept in Baden-Württemberg, was wir hier eröffnen. Da sind wir auch sehr stolz drauf. Unser Konzept allgemein beinhaltet alles inklusive. Das heißt, der Kunde bekommt einen Preis. Insbesondere für die Gleitsichtkunden ist das ein sehr attraktives Angebot aufgrund der Qualität, der hochwertigen Qualität einer schwedischen Designs, eigene Designs und der Qualität der Gläser, die deutsche Markenqualitäten darstellen. Unser Wachstum wird schwerpunktmäßig in Baden-Württemberg sein, einfach weil wir sehen, dass unser Konzept sehr gut ankommt hier in dem Bereich. Und was Besondere an unserem Konzept ist, dass wir eigene Produktionen haben, das heißt eigenes Design. Ja, wir arbeiten mit deutschen Fabrikatsherstellern und mit hochqualifizierten Mitarbeitern sowie auch technischen Äquipten. Wir sind alles reine Optiker-Hirn-Kars-Fuhr und Optiker-Meister. Das sind wir auch unseren Kunden auch schuldig, dass wir die maximale Qualität und die beste Sehkraft auch den Kunden zur Verfügung stellen können. Wir haben Kollektionen wie Elements, die darauf beruhen, die Nachhaltigkeit so gut wie möglich in den ersten Steps, was wir auch machen wollen, auch Sorge zu tragen, auch für unsere Kunden. Was ist die Idee mit SmartEye von Beginn? Well, you know, the idea with SmartEye from the beginning is that we make great design and professional eye care affordable. And this is very important. And this is also, you know, these two legs is also what actually makes us unique in the German optician market. And that's because, you know, one way is that we create the great design is that we have our own brand. SmartEye is not only an optician chain, but also product. And that makes us unique. No one has this, I mean, beautiful eyewear that I wear, for example. And the other leg is the professional eye care. And that means that we will always want to have the latest technology and have the best service, super service. And in the end, we make these two legs affordable for the consumer. And that's relevant in all markets, where we are. Thank you, Jürgen. Oh, that was mal wieder schön, ne? Oder? Was ein netter Mensch in Carpool gibt.